hallo meine freunde also ein kollege hat wieder mal lecker 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 was zum probieren mit die kollegen haben schon zugegriffen deswegen ist die tüte schmorten kaugummi früchte kaugummi mit fruchtgeschmack blablabla saurer füllung also ich kenne die noch von früher die gab es damals schon vor vielen vielen jahren blablabla rom textrose wenn man jetzt weiter liest sowieso sowieso man man das kann nicht gesund sein das zeug voll glycerin farbstoffe farbstoffe e 100 e 120 in rauen mengen drinne säuerungsmittel naja freunde dass ich unsere jugend immer wieder rein führen muss ich weiß nicht etwas gesundes ich soll mal so ein ding probieren weil das soll extra scharf sein da werden wir erstmal testen ja es stimmt wirklich super sauer naja jetzt sieht die schuhe aus also kann man muss man aber nicht ich bin erstaunt was heutzutage die kinder zu essen kriegen naja 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 ok also die farbstoffe und zusatzstoffe schmecken hier ganz wunderbar klare kaufe empfehlung hier ist so viel künstliches zeug drin das muss man sich einfach reinziehen tschüss freunde